wohin 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 hier unter uns markiert das da direkt perfekt ein team ein team ein team ja nur so lange es keine drei kompakt ich will mich schlagen ja goldie vielleicht kämpfen wenn du was das war noch nicht alle wir haben jetzt ich habe zwei wie viel geht das nicht belegt kann ich nicht ausmachen ich kann ja nicht muss erfahren da waren ich sage dir sind mindestens zwei teams weil die aufeinander geschossen haben hier rechts in den kleinen häuschen ist glaube ich einer still crack oh das ist eine waffe 83 ja ja wir müssen jetzt noch mal kämpfen ja ja ich kämpfe hinter uns wieder einer noch noch hat jetzt hat noch nicht doch irgendwo noch einer ich sagte es ist kommt 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 drei leute gemacht ja ja ich sehe den hat noch nicht noch nicht noch nicht noch nicht munition noch nicht noch nicht viel brock bambam bambam down ja wir sind aber schon wieder richtung zonen grenze aber da muss noch Schönen Kopfschuss gegeben. Uro muss der andere sein. Uro muss noch der Meld von den Schimmerbord. Hier, hier, hier. Okay, komm mal. Ich bin grad ein bisschen verteilt. Oh! Wo ist der Asgard? Hä? Einen hab ich. Ach, da hinten. Wir haben 80 Kills, Jungs. Aber auch noch einen. Da kommt noch einer von links. Schildbroke. Hab ihn. Genau der. Noch einer von da. Hat ein Hit, hat noch ein Hit. Noch ein Hit, Abfahrt. Boah. 21 Kills, ey. Wo soll ich mein echt nehmen? Schon, ich weiß nicht. Ne, ne. Schüsse! Weg, 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 weg. Ab, da rein. Wollt ihr den Schak-Schak nicht mitnehmen? Oder irgendjemand den nehmen halt, ne? Weiß noch nicht, ich tränk den jetzt. Aber ich bin hinterm Haus. Komm, ich bleib auch hier stehen, glaub nicht. Ich brauch Munition. Wir gehen uns in der Mitte und campen da rum. Dann werden wir erst dann Abfahrt. Rechts, rechts, rechts. Boah, einen mitgekriegt, der ist low. Noch ein Hit. Noch ein Hit. Da ist das ganze Team. Einnockt. Der andere hat auch nicht mehr viel. Oh. Jetzt stürm, jetzt stürm. Warte, 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 Asgard wird beschossen von irgendwo. Da. Down. Da war down. Ist schon Asgard? Der war instant, ganze Team ist weg. Wir haben hier voll viel gekillt. Oh, von oben, von oben, oder was? Nein, von mir. Bei mir. Hier. Ja. Mit rechts auch noch. Ja, warte mal. Fischi. Bei mir ganz ist es gut. Oben, oben, oder? Bei mir Hilfe. Ja, komm, komm, komm. Ja, 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 lauf, weg, lauf, weg, lauf, weg. Ich hab's gleich. Einer Schildcrack. Ich hab's gleich. Schildcrack. Hab ihn. Knocked. Down. Down, der andere auch, Team weg. Acht Leute, noch Männer. Uuuuh. Gefallen. Oh, nein. Asgard kommen auch wieder zu uns am besten. Ja, ist schwierig gerade. Ja, okay, ich komm mit Sniper. Darf, Cyrus? Ja. Hit. Au. Ich hab'n dir gegeben. Komm zu mir, komm zu mir. Mann. Wieder am Baum. Wieder am Baum. Das kann nicht wahr sein, ey. Mit diesem Ding kriegst du mit. Die haben RIS genutzt. Die haben RIS genutzt. Die haben RIS, 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 RIS. Die kommen, die kommen, die kommen. Ich geh'n oben. Alter, die sind aber überall. Die sind aber überall. Überall. Jetzt wird's im Finale dreckig. Jetzt wird's so dreckig. Jetzt wird's so dreckig. Die sind oben da und zwei noch. Ich bin Tash. Ey, wir haben doch knapp 30 Kills gemacht, oder? Ja, ich werd' 29 oder so. Mitstehen. Sag was. Einfach campen. Dazu müssen wir was haben, wo wollen wir hin? Tilted Towers. Ich wollt grad sagen. Das Tilted Towers. Ostflut. Hochlooten. Busfahrer bedanken. Hab ich vergessen. Das sagt ihr mir. Kommt jemand mit? Alle, kommen alle. Komm alle, Junge. Boah. Da landen eine Million Leute. Ach du Scheiße. Junge, was denn jetzt? Abdrehen, abdrehen. Ja, aber wo denn hin? Ja, wo denn hin? Ja, okay. Nicht abdrehen. Das wird ein Quickie. Dann Lootlag, Lootlag. Komm, Männer. Hallo, hallo, hallo. Ey, ey, ey. Jetzt. Nicht im Ernst. Scheiß Handfeuerwaffe. Was hab ich mit so Mist? So. Operation Rettet Asgard. Läuft gleich an. So, Asgard. Pass mal auf. Wenn wir hier runter... Wir können... Wir machen folgendes Goldi gleich. Sobald du da oben drin warst. Wir fliegen da rein. In einer geheimen Operation. Holen den raus. Und sind schneller verschwunden, als die gucken können. Ja. Ja. Er hat den Rift. Ja, genau. Nimm nicht mit und rift den bevor. Ja, genau. Den hab ich extra mitgenommen. Asgard liegt da vorne. Das ist hinter dem Berg. Oder warte, bleib du doch hier. Bleib du doch hier. Ich probier Asgard zu holen. Ich hab ja auch... Fein. Na wieso? Da. Ich halt den bei Laune. Oh. Der ist ja hier genug. Ja sag ich doch. Hab ich doch mal gesehen. Ich krieg den gar nicht von hier oben. Der ist Leiper. Du musst den machen. Ich hol jetzt Asgard. Ja wie gesagt. Ich halt den bei Laune. Der hat so viele Hits, alter Junge. Down, 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 down. Ist das so toll? Oha. Komm hoch. Cool, Digga. Der Profi, Digga. Der Profi. So. Ab Asgard. Sauber. Oh. Ich falle. Ich falle hier runter. Ich hab nur noch Hälfte. Jetzt bin ich wegen dir da runter und hab nur noch Hälfte. Ich hab ihn doch. Ich will was blaues. Ich will was blaues. Ich kann dir in den Saufkrug gehen, wenn du magst. Ja bitte. Wollen wir mal noch da gehen? Schüsste Glocken auf mich? Nee, ja, 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 ja. Oh, 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 oh. Irgendwie bei mir. Irgendwie bei mir. Ich versteck mich hier im Keller. Hier. Ich hab ne Shotgun. Komm her zu mir, komm her zu mir. Weg. Weg. Ist tot. Sehr gut. Ja. Wenn wir Open Field sind und dann ins Feuergefecht kommen und nicht mehr wegkommen, dann ist der Rift das Beste. Ja. Komm ins Haus. Elf geht da. Hier links bei mir. Ja. Oh, ich werd angeschlossen. Vom Turm da oben. Da oben? Ja. Zieh da oben. Komm her. War im Hit. Alter, der ist gut, der ist gut, der ist gut. Ja, hier rechts noch. Oh, ich, ja, ich bin direkt down. Ich kümmere mich um den Turm, Mann. Der da ist knocked. 84, also 84 bin ich hier. Ich bin hier mit jemandem. Gibt's noch ein anderes Team? Weglaufen, weglaufen, weglaufen. Ja, ich bin down. Ich bin auch down. Ich bin da gut. Oh, der war nicht schlecht hier. Hier oben auf dem Turm. Ne, der hat mir auch im Laufen gegeben mit der Sniper. Der da links auf dem Turm. Der war nicht schlecht. Ich geh da weg. Toil. Mach dich weg da. Was hat der denn für ne Waffe gehabt, sag mal? Dass die so gut er... Mega präzise. Episches Sniper hatte der. Ja. Oh Gott. Alles liegt an dir. Goldi... Goldi wird gerade richtig gelootet. Ich hab kein Leben. Ja, komm. Das ist ja die Wache. Ich hab gar nichts. Oh, da ist auch schon mal rein. Ja, wow, ne Waffe. Die mir im Endeffekt gar nichts bringt. Ist mir geil. Ich bin in der Zone, aber ich fass... Ja, auf dem Berg dort ist scheiße. Macht keinen Sinn. Bleib doch erstmal da. Oh nein. Hinter dir. Hinter dir. Hinter dir. Sauber. Was? Ich hab mich da raus. Einfach nur schimmeln. Ja. Einfach nur schimmeln da oben. Oh wei. Wei, Bruder. Du fährst grad aus der Zone raus. Ne, ne, ich bin da so ohne drin. Ne, ne, aber aus der Neuen meine ich jetzt. Oh, da oben ist er. Oh wei, wei, die da oben. Alter, 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 alter. Der Name, alter. Ich war dritter. Da hat ja jedes Ding getroffen. Und er hat das rote Pferd an. Ich geh zu diesem Haus. Über euch. Und wenn dann unten wer kommt, dann kann ich wieder wegsnipern. Naja, der kommt bei mir runter. Der geht in meinen Haus. Oh, die kommen bei mir alle runter. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Zwei Leute. Ich hab schnell ne Waffe genommen. Von Küste. Ah, ich bin so tot. Oh, wo sind sie. Ich hab einen down. Ein down. Oh, so, haben mindestens zwei hier. Sehr gut. Good. Ich hab eh runter. Bei mir ist einer. Ich hab noch einen down. kleiner hätten da kann ich habe nur eine schrotflinther was ist das denn so ein betrug hier läuft irgendeiner ja da war er warte ich muss hier kurz kämpfen dann kann ich euch holen trink das schild trink das schild was denn er ist unter dir ist unter dir das team ist weg da goldi das ist quatsch ich dachte ich kann ich dachte ich kann den schott zu holen aber ich komme da noch raus oh mein gott das ist gar kein thema 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 ich schieße das macht keinen Sinn dass ich ihn oh Asgard hier sind zwei snowboards die rufen da rund boah zwei leute sind hier bei mir safe call da ist noch einer oh ich habe noch drei schuss mit dem sniper ich habe generell so wenig munition was ist denn hier los was ist das hier schießt einer in den wolken rein der passiert was ist das hier kommt zu mir goldi einfach keine muni da schießt noch einer ich glaube der will mich angreifen vorsicht bei euch sind auch also da irgendwo leute der grappelt sich und ich risse mich Leute ich hau hier ab ich sage ich wie es ist ich brauche munition bei mir war hier noch einer bei mir war hier noch einer oh merck auf dem merk oh gott hab ich hab ich ne doch nicht geh doch down ach man ey und jetzt wird mich sein mate Moment wo bist du jetzt holen die sich natürlich hier hoch ja die holen sich hier hoch geh aber weg geh aber weg ach das war's vor mir schießt es auch es ist ich brauche halt munition ich habe einfach keine munition ihr kommt doch zu uns ihr seid doch außerhalb der zone ja trotzdem Leute das hat ja gar keinen Sinn ergeben nein nein weil ihr zu weit weg seid du warst zu weit weg nein du warst zu weit weg doch eindeutig ihr wart zu zweit ihr werdet ja wohl mal ein team auslöschen können aber du hast dir vor die Ego-Tur geschoben nein ich musste da weg es hilft dir nix Junge Asgard und ich haben gekämpft wie Löwen Alter und was hast du gemacht du hast gekämpft wie ne Möwe Junge ich hab gerisst gerisst wie ein Vogel Junge Alter Alter wie soll ich denn zu euch aber auch wenn wir sind tot wir sind tot warte mal wieso ich hab das so hol's mit dem Bord ja sag ich doch das stimmt auch gute Idee versuchen mit dem Bord zu holen einfach reinlaufen egal was geht alles kann ich hier springen mit dem Ding oh was ist das denn für ein shit oh warte mal ich dachte der springt zwar komplett oh warte mal ich muss die Treppe hochfliegen ich dachte der Note kommt oh gott hallo ey dieses Ding ist ja richtig scheiße wenn du immer so gefangen bist so guck mal warte ich muss die Treppen hochfliegen dann muss Eichen fort werden Alter ich wollte da rüber springen damit ich gleich wegfahren kann sag mal einfach hoch und jetzt rechts raus nicht nochmal die zweite Teile ja 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 so wo seid ihr da wie bezieht das ab wie bezieht das ab 1 kommt dann muss ich mal einfach ja ich muss doch erstmal fahren hier mit dem Ding Alter das ist schlecht das wird nichts safe nicht bummeln obwohl locker du kannst ja doch was so hier liegt der erste Versager warte mal ab dann bin ich wieder da hab ich beide jetzt? nein du hast mich noch nicht Junge steig aus und jetzt fahr ich steh Digga das war's ja komplett aber so jetzt guck mal jetzt ich hoffe das sind Gegner da ist eine goldene Truhe hier war noch keiner willst du nicht erstmal die goldene Truhe holen? Prichau nochmal macht Sinn warte mal die war hier gut das ist das Goldi erstmal die goldene Truhe einverleiben ja ja guck mal hier stehst du doch schon das gibts mir alles war auch nicht so gut ich hab auch ne Truhe gehört ich hab auch ne Truhe gehört warum bin ich am Leben hä? wie was? ach du dacht schon dacht schon ey ich betrug hier ist bestimmt noch einer hinter uns hinter uns hinter uns wo? er ist tot er ist tot noch einer down aber nicht instant glaube ich ne oder? oh Gott komm doch nicht mehr hoch komm doch nicht mehr hoch hier oben ist noch einer den musst du machen Servus hab ich die Gruppe ist komplett weg die Gruppe ist komplett weg ich geh Cirrus Cirrus nimm was wie wo? wo bist du? hier nee nee das ist Goldi nee das ist Goldi achso yes oh hier ist noch blau hier ist ein lootrop direkt neben uns ne? wow ernst ja ja guck mal ich bin neben dann ne? alter lilanes der ist da oben nur noch 10 Leute nur noch 10 Leute by the way lass den lootrop ey ich hab ne goldne Krone sauber geil jetzt muss man mit die Krone bitch later bitch ich war ne Kiste gegrabbelt was? war ich war ich alles gut Schüsse 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 von hinten auf mich glaube ich von irgendwo da 2x96 abgezogen da ist noch einer da ist noch einer knockt jetzt schnell jetzt schnell jetzt schnell vor jetzt schnell vor der Mate muss ja auch noch irgendwo sein aber die hinterher kommen auch einer ist da wo ich markiert habe safe der 2x96 da ist einer Treppe wo? auf der Treppe da 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 packt euch den stürmen 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 der ist immer noch hier oben ja los komm mal hab ich hab ich oh epische Minigar hat er ja war hinter uns wird geschossen ja der wird bis nach einer shield einer down fack aua 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 die drücken Junge ich muss mich ganz kurz mit blau auffallen geht mal beiseite bitte einer ist da down von denen einen knockt noch einen knockt noch einen knockt noch einen knockt einen eliminiert eh 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 da wo waren die vorne ja ja sauber Jungs sauber jetzt hab ich auch die Krone sauber sehr schön jetzt hast du auch das Emote bekommen Abonnieren aus R empowerment 1 2 1 1 2 200 200 1 2 Vielen Dank.